Wir haben gerade erst angefangen. Nächste Frage, wie viele Lieder kannst du auswendig von Luciano? 138. Ja, genau so viele Lieder hat der. Ja, ich weiß. John. Oh Mann, das wird so ein Fail, Alter. Jeder der Türkisch kann wird sich den Arsch ablassen. Ja, ich sitze hin und ich lache nicht, Alter. Ja, aber du gehst. Was genau? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Leute, ich habe mich gerade fertig gemacht. Der Vlog wird ein Luciano-Konzert-Vlog und ich habe mich gerade ready gemacht. Mein Make-up ist heute so gut geworden, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das Outfit anlasse, weil ich habe eine Jogginghose an. Ich sehe aus wie so ein Kanaki, Alter, mit Bauchtasche. Aber die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, egal ob so oder so Dinger. Weil da tue ich die Vlog-Kamera rein, weil kein Bock, das auf ein Konzert die ganze Zeit so in der Hand zu halten oder so. Und dann kann ich die hier schnell reintun und wenn irgendwas Cooles passiert, dann kann ich die so schnell rausholen. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich fahre gleich los und hole die Lieder ab. Die hat in eineinhalb Stunden Feierabend. Und dann fassen wir direkt von ihrer Arbeit nach Stuttgart. Wir holen noch kurz Tyson am Bahnhof ab. Weil der ist da dann, glaube ich. Und dann fahren wir zur Porsche Arena nach Stuttgart. Ich hoffe, ich kann da irgendwo parken, aber Pablo hat gesagt, da beim Vasenparkplatz oder so. Ja. Ich habe eine Absage gekriegt für meine Wohnung. Egal. Irgendwie dachte ich, ich bin enttäuschter, aber irgendwie nicht so. Ich bin jetzt im Auto. Ich fahre jetzt los. Ich hole jetzt die Lieder von der Arbeit ab. Dann fatzen wir direkt nach Cannstatt. Ich hole da Tyson ab und dann fahren wir. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, es ist ein bisschen gelade. Deswegen mache ich jetzt die Kamera weg. Ich melde mich, wenn ich bei die Lieder bin. Und dann kann sie auch besser vloggen und so. Und dann klappt das besser. Und ich bin mal aufgeregt, Leute. Ich freue mich fort. Okay, Leute, ich bin jetzt da. Ich rufe jetzt mal die Lieder an. Bist du da? Ja, ich stehe da hinten bei den Parkplätzen da, wo steht Arena-Restaurant. Na, ist das richtig? Okay, ja, ist richtig. Ich komme jetzt. Okay, ich stehe da. Ich habe so hinten geparkt. Hast du ein Marcelos Auto da? Ja. Leute, John hat mich gerade angerufen. Der kommt wahrscheinlich jetzt doch, weil der jetzt... Also vom Cousin, der hatte noch Tickets. Und jetzt kommt der wahrscheinlich auch. Und dann, ja. Das wird immer lustig, glaube ich. Mal gucken, ob jeder mich findet. Ich habe ein bisschen bescheuert geparkt. Ich weiß nicht, ob ich hier parken darf, weil da stehen Leute um mich rum. Und ich glaube, das ist ein Privatparkplatz. Also, was laufen die ganze Zeit um ein Auto rum? Gut. Guck, ich flex. Komm, ich muss mich schminken. Vloggst du auch? Nö. Nein. Nein. Oh Mann. Ich habe vor langem kein Video mal gedreht. Was hast du an? Ich bin hier richtig schwarz. Okay, voll geil. Ich bin richtig... Ich habe Jogginghose an. Ja, egal. Ich dachte auch, soll ich so richtig diva-mäßig anziehen? Oh nein, das ist voll schön. Ich sage jetzt, dass wir losfahren. John kommt doch. Wer? Weil der... Und seine Freundin? Ich glaube, der kommt mit seinem Cousin. Ich bin die eine Freundin, die sich immer im Auto fertig machen muss. Hörst du grad Flex an? Lol. Ich habe heute Pablos Kind gesehen. Also der hat mal Fußball bei Pablo gespielt. Ah. Ich habe das Dealer abgeholt. Wir fahren jetzt Richtung Stuttgart. Okay, guck mal, dann lass uns los machen. Dann lass uns einfach da treten, dann kann ich jetzt Auto. Bin hier raus. Ja, okay. Wo hab ich das aus dir rausgeschossen? Hier, warte, dann gebe ich kurz ein. Ähm, äh, Porsche Arena. Oder lass bei... Warte. Ähm, Sada, ich fahre dann jetzt los. Ich bin in 40 Minuten da. Warum bist du da? In 40 Minuten. Ich habe Porsche Arena eingegeben. Okay, bis gleich dann. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Pro, gehen wir gerade auf Plusjahnen kurz her. Alter, wirst du, wie ich mich freue. Willst du, wie wir ausrasten? Ja. Okay, Leute, ich melde mich, wenn wir da sind. Und, ähm, ja. Hast du da... Also, lass gucken, wo du... wo du da parkst. Dann sag mir, wenn du zuerst darfst. Bro, Blitzer! Ah! Oh, da sind Blitzer! Oh, der wurde geblitzt. Ja, guck mal, wie lang es da nicht fahren. Krank. Blitzer, 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 Blitzer. Wie viele Blitzer sind hier. Und da vorne sind nochmal zwei. Ich kenne die Strecke. Alter. Das ist der Weg zum Vasen. Ja. Ähm, parken wir da bei Porsche Arena oder... Ah, guck mal, in 500 Metern Luciano. Oh mein Gott, Alter, okay. Vor allem ist nochmal Blitzer, Bro. Also, wollen die jetzt alle zu Luciano, Alter. Das sind aber viele Menschen. Hä, gehst du extra auf Luciano-Parkplatz? Warte mal, seid ihr hier gerade auf der WC? Wir sind im Tunnel. Wir sind da. Aber das ist illegal. Ich schreibe kurz meiner Mama, dass wir da sind. Ähm, Serda, wir steigen jetzt aus. Ja, ich bin gerade raus. Wir laufen jetzt Richtung Porsche Arena, okay? Wer zuerst da ist, stellt sich schon mal an. Die lassen uns niemals vor, Alter. Die geben uns eine Faust, wenn wir vorgehen. Wir legen jetzt auf. Tschüss! Lass davor treffen. Was, 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 was? Deine Arme ist hier. Jetzt, wir tragen jetzt davor, okay? Tschüss! Ich will eigentlich keine Jacke mitnehmen. Ich auch nicht, aber es ist schon geil. Ich stehe nur noch eine Stunde exakt. Ja, okay, da kann man schon abgeben. Das brauchst du ja, ich glaube, ich war da mal feiern. Da war mal so ein Dings, Halloween-Party oder so. Und die haben schon gehalten, Robel. Ich füge mal, wie viel los ist. Also eigentlich müssten wir hinten stehen, also da. Aber wir stehen vorne. Leute, wir sind jetzt da und wir gehen gleich rein. Wir müssen noch kurz unsere Jacke abgeben. John hat sich gerade sogar... Zeig mal! John hat sich der Luciano-Vesco zu bezeichnen. Okay. Der sieht aber schon ein bisschen behindert aus. Warte! Liebe! Nein! Ich schwehe, dass sie in der Baubtasche haben. Ich schwöre, dass sie in der Baubtasche haben. Aber weiß nicht, wie ich mich fühle. Jetzt noch kurz unsere Jacke abgeben und dann gehen wir rein. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich bin reinge fautillig. Tschö, Mann. Oh, Mann, Leute. Ich kaufe mir eigentlich gerade auch so eine Vestung, Hallo, Fokus. Aber es hat 30 Euro gekostet, jetzt war ich doch ein bisschen Schwäbisch. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Bilder. Leute, kennt die Can eigentlich? Kennt die dich? Die kennen dich von dem Telefon-Prank. Ja, hier. Warte, ich gebe dir mein Geld. Wie viel brauchst du? Ich glaube 3 Euro, Jacke. Ich glaube 3 Euro sind es. Warte, ich habe nur 20er. Hier, hier. Ich habe nur 20er. Nimm das ganze Kleine. Dann kommst du mir, wir geben dir und wir geben sie doch rein. Niemand kennt dich als Ismail. Okay, ich bin Can. Ja, bei Marcia dort damals schon. Hat mich angerufen. Ich bin hier auf dem Luciano-Konzert mit Marcia, Tyson, meine Brusey, Delay, Payne. Wir haben gerade erst angefangen. Nein, wir machen gerade wieder ein paar Sachen. Wir lassen uns zu Luciano gehen. Nächste Frage, wie viele Liter kannst du auswendig von Luciano? 138. Ja, genau so viele Liter hat der. Ja, ich weiß. Nein, weißt du nichts. Trink mal. Da ist Alkohol. Ich muss gehört, was komm ich nur noch. Hä? Warte, warte. Ich mach so. Ich mach so Dingslott. Wir haben uns nicht fokussiert. Jetzt. Das war so geil. Das war so heftig. Luciano! Hast du das Auto gefunden? Ah, jetzt ist Autofokus. Das filmst du? Ja. Grüße gehen raus an Melissa. Die machen Goals. Ja. Ein paar Goals. Ja, John und Melissa. Ja, Ismail. Der wechselt jede Woche Name. Ist das euer Datum? Nein. Bro, 69.06. 69.06. Wo ist eigentlich Serdar? Ja, jetzt ruft er mich an, weil er mich verloren hat. Hast du noch Powerade im Auto? Powerade? Blau? Vorne. Wenn dann vorne. Also das ist mein hässliches Auto. A.K.A. Ugly Bitch. Da, Mann. Und der macht Dokumentation über seine Autos. Maße, weißt du, was ich grad... Boah, Beste. Was? Das Ding ist, die haben so grad gesagt, weil ich ja das Auto so gefilmt hab, gell. Die haben so getan, so als wäre ich ein Lambo dort und film das. Und du so fünfmal und sowas drumlaufen. Kollege, ich krieg mir hochsdauern. Oder ihr strengt? Denem her, warum? WeAKE dir uns trotzdem marcikan. If können wir die machen okay, wir gehen recept mehr. Okay. 聞来 es Ger holiday, man. Also die categorischen Habermen und ich hab dir nur den todo Dass wir zum vierten Mukbang machen. Das ist übel lustig. Schreibt es in die Kommentare. Ich hab übelst Bock darauf. Wollt ihr was lustiges sehen? Das wird eigentlich voll fein. Nein. Heide. Du musst ja klappen. Ich hab keine Kraft. Grüße gehen an meine Freundin. Melissa. Wo hab ich gedacht? Der hat die ganze Zeit gedacht. Melissa, Melissa, Melissa. Du musst so viel schneiden. Aber ich glaub das wird einer der lustigsten. Das wird übel lustig. Lass echt so ein Mukbang machen. Ich wohne am Arsch. Warum wohnst du eigentlich am Arsch? Wie oft kommst du zu mir? Ja du musst auch schnell weg. Wie oft warst du bei mir? Warte mal. Ich wollte grad aus Reflex hier hingreifen. Aber wo? Der fällt auf die Schnauze. Was denn? Der will losfahren. Warte, warte. Bist du bescheuert? John. Oh Mann. Oh Mann. Das wird so ein Fail, Alter. Meister, meine Mama tötet mich, wenn die das sieht. Ist der in der Luft? Wo sitzt du eigentlich? Warum ist deine Idioten? John, hör auf. Warum ist deine Idioten? Nein. John, hör auf. John, hör auf. John, lass es. John, lass es. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nein. Unter der Woche bin ich gar nicht mehr zu erreichen. Was machst du denn? Cerda! Sonntag. Wann kannst du nächste Woche? Lass mal Mukbang drehen. Alter, hast du schon ein Date oder was? Sonntag ist Sonntag. Nächste Woche ist Sonntag. Okay, der war schlecht. Eine Woche vorher kannst du... Ja okay, keiner hört mir zu. Ich hab grad einen Witz gemacht. Was denn? Sonntag ist Sonntag. Und der war voll schlecht. Der war scheiße. Ich glaub ich frag kurz Fablo an. Ich frag kurz Fablo an. Ich frag kurz Fablo an. Nein. Was? Ich wollt grad irgendwas sagen, hab's vergessen. Tschüss. Tschüss Cerda. Hey, ciao. Danke. Hör auf. Lass es. Lass es. Ciao. Ciao. Also wir haben richtig gut geparkt, Leute. Wir müssen einfach nichts zahlen. Nada, niente. Von wem ist der Nikolaus? Von Marcelo? Oh, ich weiß gar nicht. Glaubst du Marcelo ist sauer, wenn ich den Nikolaus einfach ess? Sicher? Ja. Darf ich den essen? Ja, ess. Marcian? Ja? Weißt du was du machst? Geh? Die Line. Tu mal ne Tankstelle Google. Gib Shell oder Aral ein. Aral ist es. Leute. Das war einfach so geil. Gestern. Ich hab jetzt gestern nichts mehr gefilmt. Also ich hab die Line nach Hause gefahren danach. Also wir waren noch draußen. Aber... Ich... Keine Ahnung. Ich war um vier zu Hause oder so. Meine Stimme ist... Ich muss mich richtig anstrengen, dass ihr gerade meine Stimme hört. Ich komm mich so dumm vor. Ich fühl mich gerade jetzt über dich schreit. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich glaub, der Vlog ist schon lustig geworden. Ich freu mich voll, den zu schneiden. Ein paar haben sich ja beschwert wegen Kamenblock und so. Und jetzt ist so... Das war jetzt mal genau das Gegenteil. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas mehr feiert. Ähm... Ich werde auf jeden Fall gleich das Video schneiden. Und Luciano-Konzert war auch heftig, Alter. Ähm... Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen runter. Ich werde es an der Plante bleiben. Wurken sie erlauben. Ich hab schon nie gekriegt und lächeln. Ich war gestern. Lächeln ist gesund. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen zu sagen. Ähm... Ich liebe euch. Alter, was ist mit mir? Und wir sehen uns morgen oder übermorgen bei einem neuen Video wieder. Bye. Bye.